Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks, die 3 von der Tankstelle mit mir dabei. Der ist Vega, moin. Moin. Und der Bambam, moin. Moin, moin. So, was steht hier? Kraftfahrer, Krakow, Pkw, 40 kmh. Darunter wahrscheinlich Lkw, 30 kmh. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie wir uns hier aufteilen am besten. Ist ja, sagen wir mal, der erste Panzer, der etwas mobiler ist, ne, in der Reihe. Mhm. Tier 3, Panzerkampfwagen 38T. Das sollten wir irgendwie versuchen zu nützen. Mal gucken, wo die, äh, wir haben, wir haben einen B2, die haben, was haben die denn? Ja, die haben einen scheiß Hetzern. Und die haben drei Panzer 1C. Ja, mit diesem Hetzern möchte ich mich nicht unbedingt messen. Ne, wo fahren denn die 1C lang? Irgendwo weiter außen ist wahrscheinlich. Ein Hetzern kommt hier drüben lang gefahren. Ich versuche hier mal durchzukommen. Okay, ich habe den einen Hetzern entdeckt, wo er ist. Was? Die sind doch beide auch. Oje, 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 ich fahr hier aber einen Stein-Zahn, ey. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Pff, müssen wir jetzt aufpassen. Uf, basse. Jetzt kommt der Hetzern rum. Ja, das kann er, der Hetzern. Hat er dir eine gegeben? Ne, aber er hat den Panzer neben mir rausgeschossen. Boah, hinter mir steht ein PKV. Ja, genau. Ach komm, ey. Schön, der Hetzern hinter mir ist weg. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ui. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Uuuh, blöder Hetzern. Boah, Panzer 1C. Was war der Kette, den? Ja. Wir sind erledigt. Ja, super. Ja, super. Ist doch scheiße. Mann, 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 Mann. Guck mal dem Svega zu. Svega heißt das Ding noch. Wann kommen dann witzig? Fand das jetzt gar nicht so witzig. Ah. Ja, den 1C, was willst du dagegen machen? Ne. Da brauchst du mehr Struktur, sonst hast du keine Chance. Oder mehr Panzerung. BZ hohen sind 1C. Lustig. Wackelt zwar der Panzer, mehr passiert aber nicht. Da gewinnen die noch. Hm. Darth Vader hat mich gerechnet. Ne. Was? Da hat Darth Vader hätte mich gerechnet, aber es war Tomasek. Die haben Darth Vader im Team? Ja, Darth Vader, Doppel Null. Er hat was gesagt, habt ihr gehört? Mhm. Hetzer. Ne, hast du gar nicht gerechnet. Hetzer. Ich bin dein Vater, Hetzer. Was ist das, ein schwerer Panzer? Es ist zu groß für den Sternenpanzer. Es ist ein Todespanzer. Ein Todespanzer, ein Sternenpanzer. Ja, da war gerade nicht die Macht mit Darth Vader. Setze den Zielcomputer aus, setze die Macht ein. Vertraue der Macht. Na ja, schön hier. Genau, gibst den Baum. Nehmen den Toll-D noch aus. Sehr schön. Das funktioniert aber alles nur durch die Anwesenheit von Darth Vader, das ist euch klar, ja? Ja, 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 ja. Ja, ja, ganz klar. Darth Adolf Vader. Was? Sagt sowas nie wieder. Der IKV war doch zuletzt hier, Freunde. Hier war der zuletzt. Das ist vollkommen uninteressant. Guckt Darth Vader zu. Ist das nicht bildhübsch, wie er hier langfährt? Wer ist denn Darth Vader? Ach, ich bin bei ihm. Sehr schön, ja. Hast du gerade gefragt, wer Darth Vader ist? Ne, welchen Panzer er fährt. Ach so. Ich war kurz vor dem Herzinfarkt. Ja, wer den nicht kennt, der hat also wirklich, der steht ja schon in jedem Duden. Der hat verloren und der hat was verpasst in seinem Leben, was man kaum wieder aufholen kann. Genau. Und schämen sollte er sich. Also mein mittelstes Kind ist zehn Jahre alt. Und der kennt Darth Vader von innen, von außen. Er kennt ihn in- und auswendig sozusagen. Und der hat die Tage bei mir Lord Helmchen gesehen. Und fragte mich dann ganz entsetzt, wer ist der Mann? Ja. Ich konnte es ihm nicht erklären. Das hätte ihm das erst gebraucht. Ja, er wollte es einfach nicht wahrhaben. Oh Gott. Ich war mit meinem Sohn im Supermarkt und dann gab es die Laserschwerter zu kaufen. Und dann gab es ja grüne und rote. Und ich habe ihn gefragt, wer ist grün ist von Luke Skywalker oder rot ist von Darth Vader. Na klar. Na, Luke ist doof. Ich meine, das war Darth Vader. Genau. Ich meine, man muss ja mal überlegen, ne. Dunkler Ritter, ja. Oberli Mega-Kampf-Sau, gefürchtet im Universum. Oder ein Bauer. Genau. Wir haben gewonnen. Ja. Selbstverständlich mit Vader on our side. Hier geht das gar nicht anders. Wäre eine starke Leistung. Drei von der Tankstelle. Road to Star Wars. Road to Todesstern. Genau. Gut, alles klar. Ja. Das. Ja, du wolltest sagen, bitte? Das war der Dreierpanzer. Aber ich glaube, den sehen wir nochmal. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war ja nix hier. Ja, müssen wir mal toppen hier. Unteroffizier Witzig sagt, der muss nochmal raus, der Panzer. Genau. Der ist noch reparabel. So, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.